was sie hat. Somit Salzburg, Paris und Napolitans freuen. Sie spielen nächstes Thürden hier sowieso nur. Und jetzt geht es hier in Gruppe B. Wo wird Tirol gegen Ajax vergessen? Also ihr dritte Spiel, Ajax mit null Punkten, Tirol mit vier Punkten bislang. Und jetzt geht es hier in Gruppe B. Wo wird Tirol mit vier Punkten, Tirol mit vier Punkten bislang. Tirol mit vier Punkten, Tirol mit vier Punkten, Tirol mit vier Punkten. Und jetzt geht es hier in Gruppe B. Wo wird Tirol mit vier Punkten, Tirol mit vier Punkten. Oh, schön. Oh. Anatovic. 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 Oh, da hat es schon geschwind. Anatovic. 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 Spät dran. Spät dran. du hast quasi blind reingekutscht oh ja ich sollte mehr saufen bleib liegen an Autowitsch, dann habe ich einen Grund nicht rauszuwechseln jetzt stark also badestark also badestark so badestark Von dir oder von mir? Ich glaube von mir. Vor allem ist es... ...hut sie jetzt in Blieben. Und Mati wird mit der Führung hier. Ich hab jetzt gedacht, ich hab keinen Bock mehr. Vier Punkte ist eh Leihwand. Bis jetzt ist nix anzeigt. Vielleicht hat es noch nicht backen können. Oh. 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 Da ist los. Schön gemacht habe auf jeden Fall. Bitte? Schön gemacht habe. Ja. Ja. Aber jetzt übernimmt sie ein bisschen... Maxis Ruhe. Oh. Aber... Anatovic... Ich hab ihn geschimpft. Und auf einmal gibt er Gas, Alter. Ja. Okay. Ja. Ja, gutes Match von Ajax. Ja. 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 Einem Wechsel gibt's. Einem Wechsel. Scheiße. Boah. Scheiße. Jetzt habe ich nicht gemerkt, dass ich den Ball habe. Tadic! Ah, Tadic! 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 Ups! Tadic! 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 Oh, ihr habt das wo-tas. Oh. 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 Oh, opa lá. Oh. gott zu danken schön aber noch immer nachgegangen und ich ja 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 Oh, ah. Jetzt wäre ich fast aus dem Tritt kommen. Na, war ein schönes Spiel zwischen den beiden Teams hier in dieser Horrorgruppe. Man merkt, beide wollen hier pumpen. Oh. Schön, Maradona. Das war ein schöner Haken, der die Führung bringt. Zweites Turnier-Tor von ihm. Nein. Ja, Deni. Was ist das? Was ist das? Ja, das ist gut. Oula. Und Nummer 3. Jetzt eiskalt hier. Oh. Schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Moin. Echt? Die Tiroler Fans schauen jetzt schon auf Wiedersehen, oder? Die Mistenzeit schon. Oh! 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 ... ... ... ... ... Das ist ein Punkt, ja. Der ist klar mit dem Tipps.